Sonntagabend im blauen Bus oder spätnachmittags. Ich bin immer noch beeinträchtigt von dem Geschehen kurz vorher. Wir haben einen Spaziergang gemacht. Es ist ein sehr heißer Tag. Wir sind noch in Niebenwalde am Stellplatz. Wir haben einen Spaziergang gemacht und ich habe gedacht, zum Abschluss gehe ich noch mal ins Wasser mit Hilde, dass sie sich noch mal richtig abkühlen kann, weil sie versucht hat, immer wieder in einen kleinen Gräben zu gehen, wo es aber nicht wenig, nicht viel Wasser gab. Da dachte ich, das ist eine Gelegenheit, da kann sie noch mal richtig rein. So, kommen wir um die Ecke und an der einzigen Stelle, wo es überhaupt ging. Ein Stückchen weiter sah ich, da waren junge Leute, da saßen ein Hund und guckte uns an. An dieser Stelle, wo ich eigentlich dann mit Hilde reingehen wollte, am Ende der geparkten Boote oder wie das verankerten Boote, war just in dieser Zeit ein Schwanpaar mit einem winzig kleinen, ganz kleinen, fett Bällchen, was weiß ich, gerade gestern geschlüpft oder was. Habe sofort ein Heidenspektakel gemacht. Bevor ich aber irgendwas überlegen konnte, stürzte ein riesiger Hund um die Ecke, hat sich auf Hilde, Hilde war ja an der Leine, Hilde hat sich quietschend vor Angst sofort unterworfen, aber der Hund hat weiter gezupselt, also weiter auch, ihr könnt das gar nicht sehen, ging ja alles so schnell halt, ne, weiter reingebissen und ich dachte, scheiße, und dann kam dieser Kerl angerannt und hat sofort, dann hat seinen Hund losgelassen, ne. So, Angler, keine Ahnung, junge Leute, ne. Angler. Und, ähm, junger Mann, keine Ahnung, 30 vielleicht, so weit wie mein Sohn vielleicht, viele Tattoos, bisschen braun gebrannt. Ich habe gar nicht viel gesehen von dem ganzen Angeran, ich habe ihn gesehen und dachte, so scheiße, ey, ne. Und, ähm, weggehen hat er dann auch gesagt, ich habe sofort Hilde abgetastet und, ähm, hatte dann die Hände voll mit nass, aber eben kein Blut, das kann man ja nicht sofort sehen, und, ähm, hat er weggehen noch gefragt, ist alles in Ordnung, mehr oder weniger so, naja, komm, ne. Aber wenigstens hat er gefragt, also das fand ich schon in Ordnung. Ups, entschuldigen, Hilde. Und, ähm, Hilde wurde sofort zum Blauen Bus zurück, und, ähm, da sitzen wir jetzt, das Ganze ist zwei Stunden, nicht mal zwei Stunden her, ähm, leichter Wind geht, ich glaube, der Himmel verschliert langsam mit, mit, mit Wolken. Fingst Sonntag. Genau. Ich denke, Gott hat uns bewahrt, Gott hat mir einen Hund bewahrt, das glaube ich immer, aber es ist nichts passiert, außerdem Schreck, ich habe sie ganz abgetastet, ähm, sie hat nix, ähm, keine Veränderungen in irgendeiner Weise, wenn sie jetzt hier so unter mir liegt, dann achte ich schon mal drauf, ob sie nachatmet, das ist so ein komisches Gefühl, ne, weil sie einfach völlig still ist. Ich habe jetzt auch keine Musik an, kein Ventilator an, die Türen sind zu, es ist also total still im Bus, und wenn ich dann auch nichts sage, dann muss ich manchmal runtergucken, ist noch alles in Ordnung, oder ich taste einfach, ich taste dann einfach in ihrem Bauch und spüre, wie sie atmet, und dann ist alles einfach gut wieder. Sie ist zu Hause, sie ist gesund, und wir sind bewahrt. Das ist gut. Was täte ich ohne Gott? Das ist hier kein, kein Bibelkurs, aber ihr wisst, dass ich da offen drüber rede, und was täte ich ohne Gott? Das denke ich immer wieder. Gott bewahrt uns, Gott gibt schon tolle Stellplätze, wunderbare Begegnungen mit anderen Menschen, und im Grunde ist uns ja, bis auf einige dieser furchtbaren Schrecksekunden, die auch in meinem Leben waren, dass ich die Lungentrombose hatte, nichts passiert. In den sieben Jahren, in den sechs Jahren, die wir jetzt unterwegs sind, also am 27. Juni, also in knapp 20 Tagen, beenden wir das sechste Reisejahr und gehen ins siebte. Wahnsinn. Genau, heute mache ich es mal mit den Geschichten ein bisschen wilder. Ich fange mit einer Geschichte 2018 an, die den Titel trägt, also die Geschichten in den Büchern tragen alle Titel. Wenn ich also ein drittes Buch jetzt angehe, dann muss ich allen 365 Geschichten, die in dieses dritte Buch passen, ebenfalls Titel geben. Das heißt, ich lese sie alle nochmal durch, damit ich weiß, was da drin steht, und dann gebe ich ihnen einen Titel. Und bei dem Video mache ich halt eben aus allem Dreien einen Titel, der nicht immer so ganz mit allen Geschichten konform geht oder nur so manche Sachen rausgreift oder auch mal so Tagessachen rausgreift. Mal sehen, was jetzt heute für ein Titel wird. Ich weiß das immer nicht. Mache ich am Ende den Titel. Auf dem Campingplatz findet das Jahrestreffen amerikanischer Straßenkreuzer Fenststadt. Einmal im Jahr ist es ziemlich laut an so einem Wochenende, sagt mir das Gärtnerpaar, das hier lebt und in der Nacht einen kurzen Trip nach Norwegen vor sich hat. Das ist der Stellplatz Glockenheide in Röttgesbüttel, wo man auch wohnen kann, sogar relativ günstig, also auch im Wohnsitz wohnen kann. Sie haben einfach reduziert von 120 auf 12 Quadratmeter, um hier draußen leben zu können. Der Klavierlehrer mit der Zweitwohnung in der Stadt denkt schon länger darüber nach und einer, der mit Pferden zu tun hat, verbringt viel Zeit hier im Wald mit seinem Hund, manchmal eine Frau und ein kleines Kind an seiner Seite. Die Sonne verbrennt das Land, denke ich immer wieder auf den Spaziergängen. Das Licht ist in besonderer Weise grell und schmerzt in den Augen. Hildert einen anderen Gang eingelegt, sie rennt ein paar trippelige Schritte voran und schnüffelt sich fest, den Kopf tief im Gras. Mir läuft der Schweiß perlend über den Nacken unter dem Rucksack ins Hemd, unterm Hut in die Augen, brennt und ich sehe nur noch verschwommen. Eigentlich kann ich gar nichts erkennen, weil das Licht so grell ist, dass es die Landschaft in seltsame Töne verwandelt, fast wie verbrannt. In einem Film über Afghanistan habe ich erstmalig eine solche unerwartete Farbkonstellation gesehen, die bekannten Töne von Blau bis Gelb, Braun über Grün, aber eben völlig überzogen. Kein besonderer Glanz, lediglich eine Nuance heller und schärfer verschwommen in der Ferne zugleich. Eine Band mit zwei Männerstimmen und zwei Gitarren, guter Klang, nicht weit weg von mir, auf einer Wiese, umringt von den großen Autos in ihren warmen Farben. Manchmal höre ich eine menschliche Unruhe zwischen den Musikstücken oder einen tiefbrummenden Motor. Tom Petty und CCR habe ich erkannt, viele schöne Stücke, die eine ausdrucksstarke Stimme brauchen, sehr melodisch und melancholisch, verträumt, entspannend. Das ist Pretty Mellow, eine Gifroner Band, die es, glaube ich, immer noch gibt. Wir haben einen stressigen Tag in der Stadt mit vielen Menschen, Hunden und Radfahrern um den Bus herum. Der Transport von Bierzelt-Garnituren für Freunde hat Hilde völlig verunsichert, dass sie nichts ins Holz gebissen hat vor Ärger. Ich konnte in einem Haus ein gutes Bad, ein gutes und heißes Bad nehmen und Hilde hat so tief und weit weg auf den kühlen Fließen geschneicht, dass sie erst aufgewacht ist, als sie schon längst hätte sich im Garten erleichtern müssen. Ist ganz verdattert und ich muss sie erst trocken reiben, bevor ich mich abtrocknen kann. Gleich wieder verschwitzt. Kleinen Wein getrunken und die Ruhe uns nicht nehmen lassen. Die Vögel sind schon eingeschlafen, aber vielleicht genießen sie auch, wie wir, das Konzert in ihrem Logenbus. Erinnert mich an ein Open-Air-Konzert 1972 Germersheim. Tom Paxton spielt vor mehreren zehntausend Menschen und ich liege einige hundert Meter von der Bühne entfernt im hohen Gras und höre nur seinen Gesang, seine Gitarre ganz allein mit dem endlos weiten Horizont in meinem Herzen. Elvis Presley spielen die Jungs und wenn ich die Gedanken laufen lasse, sind sie voller Erinnerungen. Der frühe Tod einer Freundin vor 30 Jahren haben wir nicht gedacht, dass Krebs so tödlich sein könnte. Es dem Leben gerissen, die Kirche voller Menschen, viele aus sozialen Brennpunkten, wo sie engelsgleich ihre Liebe ausgestreut hat mit einem Herzen voller Mitgefühl. Im Gang steht breitbeinig ein Freund, die Gitarre fast wie eine Waffe fest umklammert, scheinbar voller Sorge, dass die Trauer ihn umreißen könnte. Ihr Lieblingssong von Elvis Presley in the ghetto uns ins Herz spielen, in die Seele, den Verstand, die Erinnerung treibend. Vergessen habe ich ihren Namen, kann nur noch verschwommen an ihr Gesicht, ihre Gestalt denken. die blonden Haare, ihr Lachen, die Kirche, der junge Sänger. Axel, mit dem ich viele Jahre gearbeitet habe, an ihn erinnere ich mich noch. Wir haben nie mehr von ihr gesprochen, von der traurigen Feier, die sie zu Grabe tragen zu müssen. Es war, soweit ich weiß, das letzte Mal zu einer Beerdigung gegangen bin. Es gibt Dinge, die man vermeiden muss und andere, die ich leben kann. Noch ein, zwei Zugaben in der stillen, dunklen Nacht. Ich bin reich beschenkt worden, unerwartet und voll mit hellen Lichtern in meinem Herzen. Der zweite Band, der sieht nur so aus, weil ich den ständig benutze. der zweite Band, Spaziergänge mit Hilde, endet mit einer Geschichte, die ich am 5. Juni 2019 geschrieben habe. Also der dritte Band würde wahrscheinlich dann mit einer Geschichte beginnen, die am 6. Juni 2019 entstanden ist. Franz Kafka hat einmal gesagt, ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Sitze wie die müde Variante von Henry Miller im Hemd vor der kleinen Ventilator im Bus und versuche, die verwirbelte Luft möglichst genau mit dem Gesicht abzufangen. Hilde ist unterhalb des Luftstroms und hechelt wiederholt leise durch die Nacht, die sich dunkel zwischen den halb vertrockneten Zweigen der alten Tannen um den blauen Bus legt. Wir haben uns auf dem kleinen Campingplatz, Campinghof der Familie Bartel im Süden von Leipzig einquartiert. Ein nettes Kleinod im Dorf Wachau, in das du über eine wenig befahrene Seitenstraße einbiegst. Umgeben von Wohnhäusern mit Großzüge im Gartenbereich fühlt man sich sehr schnell heimisch. Ich war auch der einzige Fremde da. Gleich einem Halbmond bin ich in wenigen Tagen von der Hovachter Bucht über Braunschweig und wieder nach Leipzig gefahren, um mal zu schauen, wie es unserem Buch geht, an dem wir nunmehr zu fünft in einer freundschaftlichen Atmosphäre Arbeiten. Alleine wäre es nie entstanden, aber mit den Fähigkeiten und möglichen Energien aller entwickelt sich ein Projekt, in dem wir alle ein gutes Maß an Freude haben. Wäre Arbeit immer so, dass sich alle dabei wohlfühlen, dann würden wir dem Traum einer erfüllten Welt, eines lebenswerten Alltags sehr nahe kommen. Die Vision, meine Möglichkeiten im Austausch mit denen meiner Mitmenschen einzusetzen, wird sicherlich nicht in einem kapitalistischen System Zukunft haben, aber das bedeutet nicht, dass wir es im Kleinen, im Zwischenmenschlichen nicht leben können. Hanna hat mir in Braunschweig einen wunderschönen Spaziergang geschenkt und Klaus einen Abend mit Gesprächen beim guten Wein. Den Mowgli habe ich mal wieder gesehen und mich daran gefreut, dass er so viel Lust auf den Sommer hat, mit all den Reisen und Begegnungen bis zum Wendler Horizont. Schaut mal auf seine Seite, da finden sich vielleicht die ein oder andere gute Idee. Die Seite im Facebook Markus Breitfeld Life of Baloo, ich glaube in der Zwischenzeit hat er noch so eine Wenn Life Wenn Lust Seite. Ja, also ich gucke nicht alle Seiten, das habe ich auch gar nicht mehr, aber immer mal gucke ich auf seine Seite, wenn er irgendwas veröffentlicht, auf Instagram gibt es glaube ich die Vendus Seite, da sehe ich immer mal, was er macht. Anselm Grün hat gesagt, lesend tauche ich in andere Welten ein und vertraue mich den Erfahrungen und Einsichten anderer an. Steffi und Jessie habe ich am Mark Kleeberger See kennen und schätzen gelernt. Das sind die beiden, mit denen ich jetzt auch das zweite Buch gemacht habe. Der Mowgli ist dann mit Beendigung des ersten Buches dann tatsächlich aus dem Team ausgeschieden, beziehungsweise er und seine Freundin Dolly. Steffi und Jessie habe ich am Mark Kleeberger See kennen und schätzen gelernt, was Hilde leider nicht so reibungslos von ihren Hunden gelungen ist. Ich glaube fast, sie hat sich einen kleinen Sonnenstich eingefangen, weil sie sonst nicht so streitsüchtig ist. Jetzt brummt sie immer noch vor sich hin und wirkt ganz unglücklich. Von Wiederkommend haben wir den Harz über die B242 bis nach Mansfeld durch gequert. Eine wunderschöne Strecke, die ich ein bisschen mit Bildern versucht habe einzufangen. Und zum Schluss noch der Hinweis für die ganz Neugierigen, dass ihr vermutlich im Oktober die verbindlichen Vorbestellungen abgeben könnt, damit mein erstes Buch euer Weihnachtsfest bereichern kann. Das ist mir leider nicht gelungen. Das erste Buch ist also nicht im ich muss mal kurz überlegen Corona hin und her also das erste Buch ist nicht im Weihnachten 2019 rausgekommen, sondern erst ich glaube am 10. Januar 2020 beim zweiten Buch, da haben wir es geschafft, das ist tatsächlich am 10. Dezember 2022 rausgekommen, 2021 rausgekommen. Das dritte Buch, ich muss ein bisschen warten, ich muss erst mal das zweite Buch jetzt verkaufen. Ich habe noch 400 Exemplare, 100 habe ich so knapp verkauft, also ich muss mal hoffen, dass ich jetzt noch mal 200 Exemplare verkaufe, dann kann man über das dritte Buch nachdenken. Und das erste Buch beginnt, ist auch gelesen, beginnt mit einer Danksagung und einem Prolog. Den lese ich jetzt noch vor. Wenn einer eine Reise tut, dann habe er viel zu erzählen, sagt ein altes Sprichwort. Das hatte ich mir nicht alles ausgemalt, wie meine Abreise sein würde. Und dann war es ganz schlicht. Ein letztes Winken der Freundin und wir fahren um die nächste Ecke. Wir sind unterwegs. Im blauen Bus aufreisen mit Open End. Das war in meinem Kopf so verankert seit vielen Jahren. Trotz einer noch aktuellen Beziehung mit meiner Freundin, die allerdings nicht reisen wollte. Aber zuerst einmal kam Hilde in mein Leben. Am 14. Juni 2015 geboren, knapp acht Wochen alt, ein Geschenk meines Sohnes Arne. Sie sollte mich auf der Fahrt beschützen und unsere Herzen miteinander verbinden. Die Zeit zum letzten Arbeitstag meines Lebens vergeht im Fluge. Der Bus ist gepackt und am 27. Juni 2016 geht's los. Ich möge schreiben, wo wir sind, sagen die Freunde und am Abend sind so die Spaziergänge mit Hilde entstanden. Anfangs kleine Geschichten ums Reisen, Leben, Rentner sein, Gedanken zur Fahrt, Heimat und Beziehung, Bilder des Tages von Hilde und dem Bus, der Natur und von der Ferne, eine kleine WhatsApp-Gruppe und eine per Mail, einige Dutzend Menschen, von denen auch heute noch so mancher dabei ist. Also die gibt es noch, diese Gruppen, nach wie vor. Auch wenn die Geschichten länger geworden sind, die Themen sich verändert haben, die Bilder, die Bilder vielfältiger und die Leserschaft über Facebook und Instagram längst den vierstelligen Bereich erreichen konnte. Da krepple ich aber immer noch drum rum. Also ich glaube ich habe 2400 auf Facebook und so 1000 irgendwas 1100 auf Instagram davon klicken glaube ich circa 700 Leute die Geschichten an, die ich mehr oder weniger jeden Tag schreibe. Immer noch sind es die kleinen täglichen Erlebnisse unserer gemeinsamen Reise auf langen Wegen durch ein Europa, dass wir uns mehr und mehr erschließen. Und immer mal gab es die Frage nach den Anfängen der Geschichte, nach einem Buch zum Erinnern, einem Stück Mitreiselektüre. Das war nie geplant, weil ich auch keine Möglichkeit gesehen habe, es zu verwirklichen. Im Spätsommer 2017 waren wir auf dem Weg zu den Lufoten über den klassischen Weg durch Norwegen, während sich ein junger Mann mit Freundinnen aus Berlin aufgemacht hatte, die östliche Route über Polen und die baltischen Länder nach Norden zu nehmen. Eine Gruppe junger Freaks mit dem Spaß am Leben, den es zu behalten gilt, in einer Welt, die immer ernster auseinander zu brechen scheint. Es hat mir Freude gemacht, ihnen zuzuschauen und an ihrem Leben, wenn auch nur virtuell ein bisschen teilzunehmen. Mowgli in seinem LT28 mit Namen Baloo war Ende September dann letztendlich alleine unterwegs und wir haben uns locker auf dem Weg zu den Lufoten verabredet. Das Nordlicht war sein Traum, den ihm der norwegische Himmel dann auch in spektakulärer Weise erfüllt hat. Auf der Fahrt südwärts über die Küstenstraße 17 ist es mir in der Nähe von Sand Nessjön gelungen ein Blockhaus über einem Fjord günstig anzumieten während der Sturm über das Land getobt ist mit einer Kraft die die Wellen der Nordsee weit über die Strände geworfen hat. Mowgli war ein zwei Tage hinter mir und ich habe ihn eingeladen den luxuriösen Komfort eines beheizten Hauses mit freiem WLAN anzunutzen um in Ruhe zu arbeiten und dort bei einem abendlichen Gläschen Portwein hat Mowgli die Idee mit einem Buch aus meinen Geschichten er würde es sich zutrauen daran zu arbeiten um den Traum zu verwirklichen Anfangs als E-Book mit den 100 besten Texten konzipiert wurde uns schnell klar dass es vielmehr ein gedrucktes Exemplar werden sollte mit den Geschichten von Anfang an dem langsamen Werden einer wunderschönen Reise eines erfüllten Lebenskonzepts Gut Ding will Weile haben ist ein besonders schöner Gedanke und so ist der Kreis der an der Umsetzung beteiligten Menschen langsam im Rahmen der Notwendigkeiten größer geworden und wir haben alle Freude daran gefunden das Buch zu gestalten Nun dass sie in ihren Händen halten das wäre jetzt die Möglichkeit das sieht auch so zerschossen aus aber ich habe ganz viele Exemplare dabei also kaufen ist möglich nach wie vor auch das Erste das Buch nun das sie in ihren Händen halten soll ihnen Gelegenheit geben unsere Reise mit ihren Sinnen nachzufühlen und Freude zu spüren in dem Bewusstsein welches Glück wir haben jeden Morgen aufzuwachen Und ein D 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 Vielen Dank.